Tag zusammen und willkommen zu dieser Folge unseres Energietechnik-Kurses. Wir wollen uns in dieser Folge mit den Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden beschäftigen. Also wie sind die Volllaststunden definiert? Die werden in der Literatur häufig als Volllaststunden bezeichnet. Teilweise gibt es aber auch noch die Bezeichnungen der Vollbenutzungsstunden. Und im Englischen werden die als Full Load Hours bezeichnet. Und dann häufig mit FLH abgekürzt. Damit wollen wir uns jetzt auseinandersetzen. Bis weiterhin eine weitere Energiekennzahl, die auftritt, die jetzt nicht ganz so häufig in der Anwendung ist, sind die sogar an Benutzungsstunden oder Benutzungsdauer. Im Englischen sind das dann die Peak Load Hours. Die in dem Zusammenhang ebenfalls relevant sind. Wollen wir uns mal einmal ansehen. Was haben wir jetzt hier unten in dem Beispiel wieder über einen Tag verteilt? Die elektrische Energieerzeugung der Steinkohlekraftwerke in Deutschland im Februar 2019 mit den Daten von der Bundesnetzagentur. Was man jetzt hier noch berücksichtigt, das ist jetzt wichtig bei der Eskalierung. Hier ist es noch zu berücksichtigen. Wir haben halt neben der Höchstlast, die wir ja in der vorigen Folge uns aber angesehen haben. Das ist ja quasi die Last, die an dieser Stelle hier maximal auftritt. Das ist dann die Spitzenlast oder im Englischen Peak Power. Deswegen kürzen wir mit PP ab. In dem Zeitintervall, in dem Fall jetzt 24 Stunden, unser Zeitintervall T sind 24 Stunden, ist das die höchste Last, die auftritt und die bezeichnen wir dann mit PP. Was wir noch mal brauchen ist die Nennleistung und die maximale Leistung, die die Erzeugungsanlagen bereitstellen könnten. Das ist jetzt hier in dem Fall, sind wir bei gut 25 Gigawatt, das heißt hier oben, das ist die maximale Leistung. Kürzen wir mit Pmax. So, und nun lassen sich daraus, unter der Kenntnis der maximalen Leistung, der Spitzenleistung, lassen sich zwei Energiekennzahlen berechnen, die von Relevanz sind. Das anbeln wir auch die Vollaststunden. Das bezeichnet die Stunden, die ein Kraftwerk, eine Energieerzeugungsanlage in der Lage ist, Energie zu erzeugen. Unter der Voraussetzung, dass es nur mit der maximalen Leistung, mit der Nennleistung Strom produziert. Das heißt also, wenn wir uns die mathematische Definition angucken, der Vollaststunde, wie sieht das also aus? Die Vollaststunde, Vollaststunden, kürzen wir mit TF. Das ist die Energiemenge, die in einem Zeitintervall erzeugt wird. Das ist ja die Fläche hier unter dieser Kurve. Das ist ja die Energie, die in dem Zeitintervall von 24 Stunden erzeugt wird. Oder jetzt über ein Jahr in 8760 Stunden. Dividiert durch die maximale Leistung. Und das Ergebnis natürlich Energie durch Leistung von der Einheit her Zeit. Es macht jetzt halt Sinn, das in den Einheiten Wattstunde und Watt zu betrachten, weil dann nämlich die Einheit Stunde ist. Und das ist tatsächlich eine Einheit in der Energiewirtschaft, die sehr gebräuchlich ist. Das Umrechnen der Wattstunde jetzt in Joule und dann über die Sekunde zu gehen, ist natürlich möglich. Aber tatsächlich in der Energiewirtschaft und Energietechnik nicht unbedingt praktikabel. Deswegen macht es halt Sinn, die Energie immer in der Einheit der Wattstunde zu betrachten. Nicht in Joule oder dann in einer der anderen Energieeinheiten. So, das heißt nun, also was bedeutet das jetzt praktisch? Wir gehen jetzt davon aus, es gibt zwei Zustände des Kraftwerks. Nämlich nur volle Leistung oder ausgeschaltet. Das ist die einzigen beiden Zustände, das Zwischenzustände, wie man das jetzt hier sieht, dass es variabel ist, gibt es bei dieser vereinfachten Betrachtung der Vollaststunde nicht. Das heißt also, in unserem Fall würde das bedeuten, wir würden jetzt die Zeit uns ansehen, wie lange würde die Energie, wie würde diese Leistung, die Nennleistung anliegen, dass diese Fläche, die wir hier unten markiert haben, erreicht ist. Diese Energiefläche, die wir jetzt hier unten markiert haben. Also was heißt das jetzt in unserem Fall? Wenn wir das jetzt hier umrechnen würden, dann landen wir ungefähr, ja, sieben, acht, neun ungefähr hier. Das heißt also, was passiert jetzt? Das Kraftwerk kann jetzt also mit, speist jetzt mit maximaler Leistung ein, und zwar jetzt in dem Fall für etwas mehr als neun Stunden und wird danach ausgeschaltet. Das heißt also, danach erfolgt keine Einspeisung mehr. Es gibt nur diese zwei Zustände, entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet. Andere Betriebszustände gibt es nicht. Und diese Fläche, die dann hier entsteht unter diesem Rechteck, diese Energie, die das Kraftwerk erzeugt, die ist natürlich genauso groß wie die Energie hier. Wir haben es einfach nur umsortiert, dass wir jetzt sagen, es gibt nur noch zwei Zustände. Und diese Vollaststunden, die sich daraus ergeben, also hier diese TF, die sagen uns damit, wie viele Stunden läuft das Kraftwerk mit voller Leistungsfähigkeit, um diese entsprechenden Energiemenge zu erzeugen, und die restlichen Stunden ist es aus. Jetzt kann man sich das angucken bei verschiedenen Kraftwerksarten. Da gibt es also verschiedene typische Kennzahlen. Kernkraftwerk, das ist ein Grundlastkraftwerk, das hat also sehr hohe Vollaststunden, das sind so 6.000 bis 7.000 Vollaststunden. Bei den Braunkohlekraftwerken ebenfalls, bei den Steinkohlekraftwerken sind wir in Deutschland bei ungefähr 2.000 bis 3.000 Vollaststunden. Und wenn wir uns zum Beispiel Photovoltaikanlagen angucken in Deutschland oder Mitteleuropa, das sind dann ungefähr 1.000 Vollaststunden. Das heißt, man kann nun diese Kraftwerke so ein bisschen miteinander vergleichen. Das hängt natürlich auch von der Art der Nutzung ab. Das Kernkraftwerk, wie gesagt, als Grundlastkraftwerk soll und muss viele Betriebsstunden im Jahr aufweisen. Das heißt, wir kommen auf die 6.000 bis 7.000 Stunden pro Jahr. Währenddessen wir bei den Steinkohlekraftwerken mittlerweile die deutlich flexibler Strom einspeisen müssen, da sind wir dann bei 2.000 bis 3.000 Stunden. Und die Photovoltaikanlagen in Deutschland haben ungefähr 1.000 Vollaststunden. Bei der Photovoltaik vielleicht noch als Ergänzung. In der Photovoltaikbranche spricht man in der Regel nicht von den Vollaststunden oder Vollbenutzungsstunden, sondern in der Photovoltaikbranche spricht man in der Regel von einem spezifischen Ertrag, Ertrag, der dann auch gemessen wird oder bezeichnet in der Einheit Kilowattstunde pro Kilowattpeak. Das ist natürlich immer das Gleiche. Als Einheit bleibt der Stunde übrig. Es wird aber in der Regel als spezifischer Ertrag in der Photovoltaikbranche bezeichnet und nicht als voller Stunde gemeint. Ist aber das Gleiche. Mit diesem ersten Kennwert können wir nun also verschiedene Kraftwerkstypen vergleichen, verschiedene Verbraucher vergleichen. Immer unter der Prämisse, wir kennen die Energieproduktion in einem bestimmten Zeitintervall, an einem Tag, in einem Monat, einem Jahr und dividieren das durch die Nennleistung, die maximale Leistung des Kraftwerks. Also bei der maximalen Leistung zu berücksichtigen, das ist ja jetzt nicht die Höchstleistung, die auftritt, sondern die theoretische maximale Leistung. Das ergänzen wir hier vielleicht nochmal die Nennleistung als Begriff und dividieren nun diese Energieproduktion durch die Nennleistung und erhalten als Einheit Stunde. Das heißt also, wie viele Stunden in dem Betracht der Zeitintervall würde das Kraftwerk mit voller Leistung arbeiten und wie viele Stunden wäre es dann entsprechend ausgeschaltet. Als zweite Größe wollen wir uns nun die Benutzungsdauer ansehen. Wie ist die Benutzungsdauer definiert? Machen wir das mal in einer anderen Farbe. Also die Benutzungsdauer. Kürzen wir die mal ab mit TP. Das ist nun die Energiemengen in einem bestimmten Zeitintervall dividiert durch die Spitzenlast, PP. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Spitzenlast haben, machen wir die auch mal in grün. Das heißt, die Last, die größte Leistung, die in einem betrachteten Zeitintervall auftritt, das ist jetzt hier 12,5, ungefähr 12,5 Gigawatt. Die liegen nun an und zwar permanent. Wir haben auch wieder nur zwei Zustände. Entweder wir sind mit der Leistung auf der Spitzenleistung oder das Kraftwerk ist aus. So, wenn wir uns das jetzt betrachten, dann passiert folgendes. Also wir nehmen wieder die Energiemengen in einem bestimmten Zeitintervall, die blau schraffierte Fläche und landen dann ungefähr hier, jetzt in dem speziellen Fall. Das heißt also, die Fläche hier in grün schraffiert, das ist nun die Energie, die erzeugt wird unter der Prämisse, dass das Kraftwerk permanent mit der Spitzenleistung Energie produziert über einen bestimmten Zeitintervall. Das heißt, auch hier die Fläche, die grün schraffierte Fläche ist natürlich genauso groß wie die rot- und die blau schraffierte Fläche. Das ist immer die gleiche Energiemengen. Diese hier und diese hier ist natürlich gleich groß. Die Benutzungsdauer ist natürlich größer, liegt einfach daran, dass natürlich die Spitzenlast immer kleiner oder kleiner gleich als die maximale Leistung oder die Nennleistung ist. Das ergibt sich natürlich automatisch. Das heißt also, wir können hieraus die Benutzungsdauer des Kraftwerks bestimmen mit den zwei Zuständen. Einspeisung oder das Kraftwerk ist ausgeschaltet. Das heißt, hier unten geht es dann weiter. Wir haben hier dann den Zeitpunkt TP auch wieder in Stunden. Auch da macht die Einheit Stunde wieder Sinn, weil wir typischerweise in der Energietechnik immer dann in dem Stundenintervall denken. Schauen wir uns zum Abschluss noch ein Rechenbeispiel zu den Vollaststunden und zur Benutzungsdauer an. Machen wir also folgendes Beispiel. Also wir haben hier die Leistung, packen wir auf die Y-Achse. Und dann die Zeit auf die X-Achse. Dann machen wir als voriges Baustell. Hier ist der P. 5, 6, 7, 8, 9 und dann hier 10 Megawatt. Wir machen die Leistung, rechnen bei den Megawatt zum Beispiel. Hier haben wir dann die Zeit. Machen wir dann hier also 1, 2, 3, 4, 5. Stunde, 6, 7, 8, 9, 10. Das muss immer reichen, aber viel zu viel macht ihr uns. Das soll uns gar nicht interessieren. Wir bleiben mal bis 10 Stunden. Einmal machen wir auch folgendes Beispiel. Hier haben wir unser Kraftwerk, was nun elektrische Energie bereitstellt. Und zwar mit folgenden Werten. Die ersten 2 Stunden produziert das Kraftwerk mit 3 Gigawatt Leistung. Dann gehen wir rauf auf 6 Gigawatt für 2 Stunden. Dann fangen wir runter auf 4 Gigawatt. Das soll noch mal 3 Stunden laufen. Dann noch mal 3 Stunden bei 5 Gigawatt. Das heißt also quasi, das ist jetzt hier unsere Produktion. Hier rauf, hier runter. Mal so symbolisiert. Das soll unser Kraftwerk sein. Also mit 3 Gigawatt dann rauf auf 6. Wieder runter auf 4. Und dann am Ende noch mal 3 Stunden lang mit 5 Gigawatt soll Strom produziert werden. Jetzt die erste Frage. Also was soll wir noch haben, bevor wir die Frage stellen. Also die Nennleistung sind 10 Megawatt. Das heißt also, Pmax, das ist ja eine Größe, die wir brauchen. Das sollen 10 Megawatt sein. Was wir jetzt direkt ablesen können in dem Diagramm, ist, dass die Spitzenleistung bei 6 Gigawatt liegt. Das heißt, wir haben PP für die Peak Power ist 6 Megawatt. Was wir jetzt noch berücksichtigen oder betrachten müssen, ist natürlich die Energiemenge, die produziert wird. Wie war das definiert? Wir hatten ja gesagt, die Energie ist die Summe aus den Leistungswerten multipliziert mit dem Zeitintervall von I gleich 1 bis N. Wenn wir so 10 Zeitintervalle, das heißt, wir müssen jetzt hier im Prinzip, das ist leicht zu rechnen, weil wir jetzt Stundenintervalle haben, die Summation machen. Was kommt dabei raus in unserem Beispielfall, wenn wir das mal aufsummieren, dann sind das 45 Megawattstunden produziert, also das Kraftwerk, was wir hier haben. Gut, jetzt können wir also das Erste, was wir berechnen können, wir haben jetzt ja die Periodendauer, T sind 10 Stunden. Das ist jetzt so hier die Grenze, die wir hier ziehen wollen in dem Diagramm. Das heißt, das Erste, was wir berechnen können, ist die mittlere Leistung in unserem System. Also was ist die Durchschnittsleistung, die anliegt? Mittlere Leistung. PM, das ist die Energie dividiert durch die Zeit. Na gut, das ist natürlich jetzt schnell gemacht. Das sind also 45 Megawattstunden. Durch 10 Stunden und das sind 4,5 Stunden. Äh, 4,5 Stunden ist 4,5 Megawatt, pardon. Also das heißt, wir haben jetzt in dem Fall 4,5 Megawatt mittlere Leistung, die anliegen würde. Das heißt also, die würde, ich mache es mal hier in gelb, das sind jetzt quasi die durchschnittliche Leistung, die hier in dem Kraftwerk anliegen würde, über die Zeitdauer von 10 Stunden. Das ist jetzt PM, die mittlere Leistung. Dann wollen wir jetzt die Volllaststunden berechnen. Wie lassen die sich berechnen? Auch das ist schnell gemacht. Also TF ist nach der Definition, die wir uns vorhin angesehen haben, die Energie, die in dem Zeitdauer erzeugt wird, dividiert durch die maximale Leistung. Wenn wir das jetzt einsetzen, haben wir also 45 Megawattstunden dividiert durch 10 Megawatt. Das sind jetzt in dem Fall 4,5 Stunden. Das bedeutet also, dass wir bei einer maximalen Leistung von 10 Megawatt würde die Anlage jetzt also 4,5 Stunden Energie produzieren mit der Nennleistung und danach ausgeschaltet werden. Das ist quasi die Bedingung, die wir haben. Das heißt, hier diese Fläche, diese schraffierte Fläche, das ist wieder die Energie, die erzeugt wird. Das Kraftwerk läuft für 4,5 Stunden mit voller Leistungsfähigkeit, wird dann ausgeschaltet. Die Energiemenge, die erzeugt wird in dem Teil, ist natürlich die gleiche, die wir hier entlang unserer blauen realen Kurve haben. Dann zum Abschluss haben wir dann noch die Benutzungsdauer. Das berechnet sich aus der Energie, dividiert durch die Peak Power, also durch die Spitzenleistung. Setzen wir das ein, haben wir also 45 Megawattstunden. Das dividieren wir durch die 6 Megawatt, weil das ja unsere Spitzenlast ist in dem Fall. Naja, wenn wir das ausrechnen, sind das 7,5 Stunden. Das heißt also in dem Fall, machen wir das nochmal in grün. Wir haben also jetzt hier 6 Megawatt Leistung, das ist jetzt die Spitzenleistung. Die würde jetzt für 7,5 Stunden anliegen. Und dann würde das Kraftwerk ausgeschaltet werden. Das heißt, wir haben wieder zwei Betriebszustände. Entweder die Spitzenleistung nicht an oder ausgeschaltet. Und dann ist diese markierte Fläche hier, das ist die Energie, die das System erzeugt. Hier haben wir also PP, oder hier oben können wir aufschreiben, hier ist auch Pmax. Und das ist halt der Verlauf, nochmal hervorgehoben, der reale Verlauf unseres Systems. Aber wir können halt diesen Verlauf vereinfachend darstellen oder beschreiben über diese Energiekennzahlen. Das sind also dann die Benutzungsdauer in Stunden, in dem Fall die 7,5 Stunden oder die Vollastunden. Das Kraftwerk ist eingeschaltet mit Nennleistung oder ausgeschaltet. Das würde dann für 4,5 Stunden, würde diesen Vollastunden anliegen. Und über diese Energiekennzahlen mit der Leistung voller Stunde Benutzungsdauer kann man nun verschiedene Energiesysteme miteinander vergleichen und in Beziehung setzen.